fünf zahltage reichern der zufrieden das würde ich verbinden das würde ich verbinden wir brauchen eine neue werbung da würde ich fast sagen ich kauf mir jetzt einfach eine neue tram das einfachste ich gebe jetzt einfach zwei millionen aus ist das einfachste auch mehr leute aber der alte wagen waren nicht mal voll ich verstehe es auch nicht die könig rechnen doch nicht falsch city tramler werbung 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 dann machen wir das mal fix das kann die neue besser ich habe keine ahnung das ist eine gute frage wahrscheinlich ich weiß es nicht ich weiß es nicht da mehr leute gucki ach so ach so ach so ich ändere einfach jetzt wieder die rote hier so sunkiss warte mal moment sunkiss denali research denali research war das nicht da hinten eigentlich sunkiss ist ja hier ah ne denali research ist hier wo ist silverpark east ist das vielleicht sunkiss depot ja ok das heißt welche die stadtteile sunkiss und silverpark east umfasst ist ja nur diese eine haltestelle das heißt von der nach gier das ist ja doof zu fahren warte mal andersrum machen wir es so aber dadurch dass wir sowieso fünf zahltage brauchen können wir gleich komplett so durchfahren ja jetzt kurz den bilder von doofen kerzen irgendwas stimmt mit dem nicht heute wieso was ist denn jetzt schon wieder schuke ok ok solange sie das nicht mit mir machen ist das in ordnung und marcus und black nebula lecky ich sehe das gerade wie viel dank dass ihr auf dem discord gejoint seid herzlich willkommen ich grüße euch ich kann die ein kleines und ist schnell auch das sehr geil entgleisen der geil ich mein oh nein nicht entgleisen bitte nicht und sie mir das nicht an ich habe vergessen alles gut ist ja keine verpflichtung wir starten am nächsten tag irgendwie ist grad ja stimmt die tram steht immer noch hier ich teleportiere mich am besten hier und startet dann ich mache hier nochmal zeitsprung das ist der falsche das ist der falsche das ist nicht meiner ich bin in den anderen ist auch nicht meiner gut ich nehme jetzt den hier das definitiv dann nur der eine aber vielleicht war ich auf der falschen seite das wird es wahrscheinlich sein es ist der falsche es ist das müsste doch eigentlich der hier den auch ja jetzt haben wir den richtigen ok perfekt jetzt können wir loslegen fünf zahltage auf dieser strecke und zufriedenheit vier vier sterne das wird jetzt doch etwas wieder herausfordernd die stehe mitten im weg die stehe mitten im weg die stehe mitten im weg ich muss hier durch ich brauche eine zufriedenheit von vier es wäre sehr angenehm wenn sie einfach danke karen ja der co sind wir zum guckt ja ich weiß auch nicht was hatten die denn als ob sie auf eine tram gewartet hätte die 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 nicht die 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 mit der die die Oh, ich wollte ja nur vier Stationen haben, weil ich ja die Zufriedenheit machen muss. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen selbst outplayed. Lastend. Nur hin bitte. Nur hin? Okay. Achso, zu spät. Ey, fahr kostenlos mit. Ist in Ordnung. Takt auf eine Tür. Aber bitte nicht rausspringen. Danke. Schön vorsichtig. Oh, danke dir, Bini. Danke dir. Danke. Tag, der fliegenden Fahrgäste. Ja. So, was ist hier schon wieder? Och, stop it. Doch. Ich habe das sogar gehört, während ich Helene Fischer gehört habe. Ja, du, 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 Typ, du. Oh. Oh. ein paar stationen sind es noch spielt irgendwie witzig wobei ich glaube dass das an deinem humor gerade liegt glaube ich fast auch sehen dieses spiel passt einfach zu mir und ich bin sowieso ein choleriker also ja was will man mir und es ist halt wie sie eigentlich ne leck ist das spiel so langweilig aber mit euch macht das riesen spaß okay die haltestelle hat nichts gebracht die haltestelle schmeiße ich raus keine rendite ich finde nicht gut kleine biene wunderschön ich grüße dich näher wie geht es dir alles frisch bei dir so also rechts abbiegen Ich habe jetzt leider sehr schlecht. Ich habe eine Erkältung. Ich war heute beim Arzt und habe eingehört. Ich muss morgen zum Röntgenverdacht auf Lungenentzündung. Ja, mach doch nicht sowas. Also bei mir ist alles... Ich schaffe ihn noch, schaffe ihn noch. Bei mir ist alles Tutti. Mensch. Rechts, links, alles dasselbe. Ab und zu. Ab und zu, Plecky. Nicht immer. Ab und zu. Ein Geräusch in der rechten Lunge, sorry. Ja, shit. Shit. Eine gute Besserung. Gute Besserung. Ich würde sagen, Zufriedenheit. Easy. Aber trotzdem noch Tierzahltage. Und davon richtungsmäßig für mich, ja. Aber eine Rechts-Links-Schwäche. Ach so. Ach so. Ich habe eine Rot-Links-Schwäche. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Döse, Omi. Scheiße. 32 war schon zu schnell. Das hat gar nichts gebracht. Trakt. Warum fahre ich denn die Strecke? Ach shit. Mix couch. Stopp. Kleine BInne hat Alex unterstrich high 4 ein Sub gegönnt. Kleine BInne giftet et 1 sub to Alex unterstrich high 4. Kleine BInne, viel, viel, viel Dank, dass du Alex Häufers habt hast. Mensch, vielen Dank für den Support. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich danke dir. Mensch. Du verrückte. Ihr werdet nicht gepurzt. Sorry. Ich habe dann Schweindall da hinten drin. Ey, Blacky. Wenn ich Regenbögen riechen möchte, dann sage ich das. Wusst ihr eigentlich, dass Regenbögen nach Frauenfurz riechen? Kaffee, Kaffee, Latte. Wolkenweich und schäumend. Duftet sanft geröstet. Gebrudelt Kakao. Tun sie nicht. Gott, sie tun es nicht. Ich dachte, Frauenfurz riecht nach alten Eiern. Meine Eier riechen nicht nach Regenbögen. Oder? Nee. Nee. Oh, ich muss am Ende der Strecke den Fahrgast wecken. Ganz wichtig. Für Punkte. Ich finde die Punkte ähnlich wie für Fortnite, nur besser. Du kennst dich mit Fortnite aus. Blacky, ich bin gleich enttäuscht. Lego Fortnite. Heute Nacht träume ich von Spinnen. Oh, du bist in der Passage. Okay. Okay. Du hast doch von mir träumen. Nö. Gehst du nicht. Macht Spaß. Kurzweilig. Hm. Wenigstens bist du schlau. Goldkarten? Was? Spinnen? Goldkarten? Hallo? Blackkarten sind vor dem Fahrtantritt zu erwerben, um zu entwerten. Richtig! Zunehmlich. Spinnen. Sie wollen, dass ich tanze. Nee, das möchte ich. Das möchte ich. Der zweite Zahltag. Nee, du hast keine. Tut mir leid, da kriegst du auch keine. I'm sorry. Ich mach nicht die Regeln. Grounded. Ich will das Spiel auf... Ach, ja, stimmt. Die Geschichte. Ich will das Spiel auf 100% haben, aber die Entwickler dachten sich, hey, das ist lustig für die 100%. Etwas macht, was einem alle Shinies in Pokémon-Fang ähnelt. Oh, shit. So schlimm sogar. Tja, wollt ihr da links? So ein Ohrkotzelschwort. Find's egal, wenn es Schleudersitze gäbe und dabei schwarz fahren, einfach der Schuss kommt. Das wär echt nice. Das wär echt nice. Du fährst da ja ein E-Tram. Ja, Mensch. Ich kann die bitte fahren. Berat dich dir nicht. Die ist durch die Tram gelaufen. What the fuck? What the fuck? Am besten im Tunnel. Ja, sowieso. Oh, ich hab erst den zweiten. Fuck. Ob wir das DLC heute überhaupt schaffen? Jetzt hab ich schon Minusbrot. Wow. Oh, ich hab den Parkers vergessen. Oh, nö. Oh, nö. Kann der nicht woanders pennen? Frech. Ja. Oh, ich hab dich wieder hart, man. Silber Parkers. Uff. Ich hab den Trophäe, den Schmetterling folgen. Den Schmetterling folgen? Okay. Ist das ein Insider, oder? Oder nur jetzt angelehnt an den weißen Hasen? Ich hab ihn loaden. Ganz genau. Fühl ich. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen hier? Ja, der Insideron sagt, warum müssen wir den Spinnen folgen? Warum können wir nicht den Schmetterling folgen? Ah, ah! Als Hackrit... Kaffee, Kaffee, Leute, wolkenweich und schäumend, duftet sanft geröstet, gepudert mit Kakao. Als Hackrit meint, wenn jemand etwas erfahren will, was im Schloss haust, dann soll er den Spinnpum essen. vielleicht leite in der fernbedienung hier aber dann überspringe ich ja alles in meinem leben es wäre ungünstig mit den soundnass ja ich auch die auch daily eingesungen für mich von das auch ja 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 Aber 5 Zahltage ist schon heftig. Das hatte ich noch nicht in meinem Grundspiel. So, ein Poser steigt hier ein. Alles klar, lang kurz, ich wünsche dir eine gute Nacht, schön, dass du da warst und zunächst mal, hau rein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Es könnte funktionieren. Wir könnten das Spiel so ein bisschen ausreizen. Und zwar, wenn ich hierhin reise und ständig von der aus zur nächsten Station fahre. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung muss ich gucken? Andere. War das hier drüben? Nein, war doch die andere Seite. Arschloch! War gar nicht die Haltestelle. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Doch. Das ist doch die Station. So kann ich es ja jetzt mal eine Tram nicht rufen. Ich habe mir jetzt eine Tafel Schoki in den Kopf und nehme euch danach mit ins... Oh, jetzt wird es sexy. Jetzt wird es ja richtig sexy. Also da drüben müsste es eigentlich ankommen. Aber wieso? So klappt das nicht. Hä? Was ist denn jetzt verkehrt? Ich mache mal kurz eine Zeitreise. Okay, hier war es definitiv auf die falsche Seite. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich trotzdem fast da, wo ich hin wollte. Klauungkiste wird nur eng mit dem kompletten Chat im Bett. Aber ist wenigstens verlauschig. Stimmt. Verlauschig ist immer... Frage, jetzt so gute Witte... Hat mich doch gar nicht gefragt. Wir machen uns ganz dünn, dann passen schon alle rein. Oh ja. Oh ja. Adkrieme hin. Ich hatte Vorfahrt. Ich bin unschuldig. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Das war auch schon die richtige Route, ne? Ja. Ach ja, ist eigentlich nicht egal. Ich brauche ja bloß die Trammlein. Nee, es gibt keine Fahrkarten. Es ist ausverkauft. Ich habe wenigstens bitte gesagt. Ja, es ist sowieso zu spät. Ey, wir haben 23.21 Uhr, ne? Also, jetzt gibt es keine Tickets mehr. Einfach für alle? Ähm, nein. Nicht alle. Ein paar müssen schon die App lösen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Du darfst, Plecky. Du darfst. Das ist in Ordnung. Wir fahren eh nur im Kreis. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht die letzte Mission ist. Weiß nicht. Also, wir waren jetzt eigentlich schon im gesamten Gebiet. Zumindest bei Schulbus war es so, dass die Grindy-Quest am Ende dann auch das Ende war. Ja, das ist jetzt ein Blöder, das hat sich weiß. Ich glaube, meine Frage hat es abgelaufen. So ein schöner Tag. Okay. Was ist trotzdem noch mal? Drei von fünf. Wieso Bus? Bin eh auf der falschen Seite. Wieso Bus? Ich habe doch hier Tram installiert. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Da war ich. Ne, aber mit Lila. Beste Plecky EO West. Hier ist es toll. Ich liebe den Blick auf den Darm. Vielleicht wandere ich sogar eines Tages mal hier rauf. Das werde ich ganz bestimmt. Das hier sollte für viel mehr Leute zugänglich gemacht werden. Geht's doch mal mit rechts oben. Das ist auch gut, wenn es eine schnelle Anbindung wäre. Das würde unsere Prozessung etwa 43% beschleunigen. Hallöchen. Trotzdem nicht auswählbar. Ich habe von diversen Seiten gehört, wie toll die neuen historischen Straßenbahnlinien sind. Was ich nur bestätigen kann. Auch nicht. Okay. Sie hat angefragt, ob wir in einigen neuen Stadtteilen weitere Strecken eröffnen können. Ja, das habe ich auch gehört. Meine Freunde haben sich wieder gemeldet und mir erzählt, wie gut alles läuft. Erzählt ja auch schon wieder alles, ne? Ey, cool, wir können wieder hier starten. Mit dem neuen Straßenbahnwagen solltest du viel mehr Leute befördern können. Legen wir los. Ah, sorry, dass es gerade ein bisschen grindy ist. Nein. Das habe ich mir auch besser erhofft. Mit Ramm-DLC. D-L-C. It's a night. Aber mein Lieber, ich hau mich mal in den Lurky. Ich hoffe, es ist fein, warm, im Bettchen für alle. Ja, bestimmt. Und viel, viel Dank für den Lurk. Ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht. Und vielen Dank nochmal für den Raid. Und für alles und überhaupt. Und schön, dass du da warst. Grindy gehört manchmal dazu. Ja, schon. Aber, in diesem TLC fehlt so ein bisschen der Pfiff. Okay. Ich komme gleich bei der Wassersprühflasche. Habe ich eine gültige Fakt? Hast du nicht? Deswegen fahre ich dich jetzt direkt ins Gefängnis. Und ich fahre nicht über los. Nee, keine 2.000 Euro. Es tut mir leid. Hättest du mal einen Pasch gewürfelt. Das kann ich, was du hast. Cookie schläft friedlich neben mir. Also, ich habe doch nichts. Dafür schläft jetzt Silber bei mir. Solange ich den Bauch gecallt bekomme, ist alles fein. Ähm, puh, oh Gott, ist schon so spät. Uiuiui. Uiuiui. Ich glaube, da muss ich Dinge machen. Und so. So. Ich mache das. Ich spüre es. Ich gehe nicht endlich. Ich gehe nicht vorziehen und fotografiere. ich mache jetzt aber trotzdem noch mal egal wenn komischerweise eben nicht auswählbar ist zeit ändern gute wählen ja es funktioniert immer das ist brech und gut und überhaupt und die muster muster auf das hat nur nicht so ganz für tag 4 gereicht wollt ihr schon wieder auf die straße rennen hier hallo guten abend einmal zur subway und wieder nach hause was kostet das ticket seine seele gg schön dass du da bist wie geht es dir alles fresh ja okay es recht auf die seele deines mannes ist auch in ordnung das auch in ordnung ja doch bei mir schon am chat wahrscheinlich nicht mehr weil ich nur quatsch mache heute also auch sonst weiß ich mache mal quatsch und ein zahltag noch ich habe voll party bei mir so machst du party was ist denn da los bei dir warum bin ich nie eingeladen und überhaupt und hallo auf gott auf donnerstag weil ich da zu meinem schatz wieder fahr ist aber lieb von dir ja das wird ein ganz besonderer tag für mich ja das stimmt da zurecht aussteigen bitte ich glaube das war chichi chichi wollte ganz schnell aussteigen ich habe gerade die möglichen songs für den efc 2024 gehört und eins gefällt mir mega gut davon ich verfolge ich verfolge das gar nicht mehr ich meine letztes jahr hat mir richtig eine richtig geile nummer dabei und das ist trotzdem total abgekackt die chichi hat vielleicht am donnerstag wurzeltag das ist 21 ich verstehe oder für lox war mega absolut richtig geile performance richtig geiler song und ich kenne niemanden davon persönlich ja den ist hier gibt es immer noch er macht mich jünger liegt du hast den geilen mann oh ja den hat sie wem das ist ja frech sie hat einen geilen mann ich dachte sie hat mich so nochmal zwei stunden also mit dieser methode sparen wir schon ein bisschen zeit das darf man jetzt mal nicht vergessen kann sein dass es jetzt ausreicht dieses eine mal noch ich denke und dann gucken wir mal ob es die letzte quest war leute hallo ich überfahre euch danke jup 2 1 4 5 3 4 5 6 6 6 zu Mal ins Einsteigen. Ja, weil der nächste Station schaffen wir es. Ich glaube, ich werde krank, meine Füßchen sind kalt und mein Köp... Nein, nicht, nicht machen. Hui. Aus. Bleifuß. Ich werde dich am Donnerstag so hart bekuscheln, dass du nicht krank wirst. Ich sag's dir. Und ich würde zu gerne deine Füßchen wärmen. Bin ehrlich. Gleich habe ich Urlaub, da kann ich krank sein. Aber solltest du krank werden, lass dich krank schreiben. Definitiv. Als kleine Retourkutsche. Schnell warme Socken und Trinken. Ja, schlucken ist wichtig. Ja, Chi-Chi recht. Ganz, ganz viel schlucken. Das weiß ich doch, mein Schatz. Was Neues gibt es bei uns? Ich habe gehört, ich bin toll. Kann ich noch gar nicht so wirklich glauben. Aber... Und so, ne? Aber sonst eigentlich nichts. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, das habe ich auch gehört. Dass es nichts gibt, ja, 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 ja. Das neue Straßenbahnnetz. Jetzt, wo es so viele Möglichkeiten für Händler gibt, nutzen mehr Menschen denn je die öffentlichen Verkehrsmittel. Fantastische Arbeit. Diesmal gibt es keine Info. Es ist beendet.